Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Ja, so, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir schauen uns den Wald an. Und Link, also... Also Kalibrierung ist jetzt wieder... Notwendig, habe ich das Gefühl. Ich weiß natürlich nicht, was uns hier erwartet. Aber... Das werden wir schon rausfinden. Auf jeden Fall scheinen die Crocs ja alle... Naja... Ein bisschen niedergeschlagen zu sein. Sprechen wir doch mal mit denen. Okay. Wobei die wirken wie... Äh... Eingefroren, ne? So ein bisschen. Ja. Hm. Ne. Okay, jetzt sagt tatsächlich keiner was. Machen wir da erstmal entschreien. Ich bin nochmal gespannt, wie sich die Croc-Maske, äh... Bemerkbar macht. Wenn ein Croc in der Nähe ist. Gegengewicht. Oh nein. Welche Gewichtsrätsel. Alter, das stört mich wirklich, dass jetzt der Controller nur noch am... Rumspinnen ist. Ich weiß aber nicht, wieso. Okay. Tja. Ich würde ja versuchen, vielleicht die... Kugel einfach auf die andere Seite zu legen. Ach ne. Ah. Okay. Äh. Was? Das... Mir soll es egal sein. Das kriegen wir auch mit anderen Mitteln hin. Oder war die Kiste für ne... Für das Rätsel. Oh, naja, dann. Ah. Perfekt. Ähm. Und die Tür ausschalten nach der Kiste, die wir jetzt natürlich hier haben. Wait. Wie soll ich an die Kiste kommen? Okay. Vor allem, was macht der da unten? Oder die generell... Generell die Fläche. Ah. Okay. Wir schwingen uns quasi. Mhm. Können wir vielleicht... Warte mal. So. Äh. Ah, super. Uff. Ja, es war wieder... Am Controller. Ich bin dem Controller verschuldet. Weil... Ich hab mich nicht bewegt. Ihr seht's ja. Der macht gar nichts. Ja, der läuft aber, wie er lustig ist. Hm. Und jetzt hat es eigentlich halbwegs gut funktioniert, nach dem Kalibrieren. Aber irgendwie... ...haben wir das Problem wieder. Kann ich? Warte mal. Naja, ne. Die Kiste kann ich nicht einfach... ...ansaugen. Hmm. 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 Ich meine, so geht's auch, aber war bestimmt nicht die Lösung. Das so skurril zu machen. Okay, das ist ja... Wie soll der das schaffen, da nach oben zu kommen? Das Ding muss ja regelrecht schwingen. Nee, warte mal. Ich hab ne Idee. Na. Ich hab den hier... Packen wir einfach mal... ...davor. Oh, den hängen wir mal drunter. Und dann versuchen wir mal, was passiert. Ja, sehr gut. Ein halber... ...halber Physik-Dungeon hier. So. Okay, warum hat Link jetzt grad nen... Ich frag einfach nicht. Dieser Controller scheint alles andere zu sein, aber nicht mehr ganz. Jetzt hat grad selbstständig im Kreis gelaufen. Sehr interessant. Ach ja, stimmt. Ich hab vergessen... Ja gut, jetzt haben wir die Möglichkeit... ...zum Krogwald zu teleporten. Ich überleg grad, ob wir jetzt... ...eben fix... ...kurz... ...unds ein paar Herzen holen. Ansonsten vergesse ich das wieder. Ich mein, wir haben 22 Sägen, also... ...die sollten wir schon irgendwo mal nutzen. Machen wir doch einfach mal. Geht ja ganz schnell. Hoffentlich. Was hat man gesagt? Drei Herzen... ...und eine Ausdauer, ne? Ne, drei Herzen... ...und zwei Ausdauer, ne? Ernsthaft, das ist schon mehr Blutmond? Ich möcht's gar nicht wissen. Oh, noch der denn hier? Hä? Ähm... Meine Güte. Du bist Corona, aber kannst nicht mal... ...den Weg nach Corona weisen? Wie ist das bitte möglich? Tja, es ist mir selbst etwas peinlich. Als ich meine Reise begonnen hab, war... ...noch überall Lava. Ich wusste nicht, dass ich... ...nach dem... ...Erlöschen des Todesbecks... ...ganz neue Pferde auftun würden. Hm... Stimmt schon. Davor war dort überall Lava. Es war so brennend heiß, dass sich Julianer... ...dort nicht ohne feuerfeste Ausrüstung... ...aufhalten konnten. Zu der Zeit wäre... ...gar nicht daran zu denken gewesen... ...dass ich dorthin mitkomme. Gehen wir erstmal entlang der Straße... ...in Richtung Trollesberg. Dann sieht man dort... ...im Nordosten. Dann erreichen wir... ...den Stall des Waldes. Von dort geht es dann weiter nach Norden. Das habe ich alles von ihm... ...hier erfahren. Äh... ...so wird es sicher klappen. Äh... ...man hilft, wo man kann. Der Trollesberg eignet sich gut zur Orientierung. Aber ihn umgibt... ...ein roter Nebel... ...der verdächtig nach mir erstmal aussieht. Ihr solltet also nicht zu nahe rangehen. Oh... Na gut, dann lass uns aufbrechen. Wir können... ...bei der... ...Steak... ...äh... ...wir können beim Steakrestaurant... ...Halt machen... ...zu dem du wolltest. Aber dann geht es direkt weiter. Ja... ...äh... 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 ...du bist... ...ich habe schon mit der... ...mit der Welt abgeschlossen. Hier ist es so staubig. Beim Putzen bin ich dann... ...mit dem Besen gegen die Wand gekommen... ...und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich den... ...eine schaurige Stimme... ...wie die eines Dämons... ...aus diesem Loch hervordringen. Alle sagen... ...dass sie nichts hören können... ...aber ich höre sie ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämonen aufgeweckt... ...als ich das Loch in die Wand... ...äh... ...äh... ...geschlagen habe. Und jetzt... ...wird er meine Seele holen. Robelo... ...Gatian... ...meine geliebte Familie... ...lebt wohl für immer. Ist das so sein? Hier war es also. Dachte ich es mir doch... ...dass es einen geheimen Zugang gibt. Schließlich ist das hier... ...der Schutzraum der königlichen Familie. Hier... ...das heißt... ...das am anderen Ende... ...schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal... ...ich erbitte Herzen. Ja. ...dass man das nicht skippen kann, ne? Ich glaube, deswegen sollte man vielleicht auch... ...die Dinger regelmäßig holen. Ah doch, jetzt so. Ey, warum hat es denn voll nicht funktioniert? Weird. Aber jetzt vielleicht muss man sich den Spaß einmal antun. Tada! Ähm... ...Ausdauer. Ja. Ah, okay. Man muss tatsächlich einmal die Cutscene sehen. Also... ...haben wir ja schon mal, aber... ...irgendwie reicht es dem Spiel nicht. Aha, das heißt mit dem nächsten müssen wir eigentlich die... ...ääh... ...die zweite Reihe haben. Wollte die erste. Ah, da ist er. Ist er schon. So, und was haben wir jetzt hier? Königlicher Geheimgang. What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Ich glaube, ich lege gleich wieder. Ja. Das ist auch sehr gut mit dem... Äh... ...mit dem Mond. Oh... Man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Joa. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür bildest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gebe Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nicht dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser... ...erbarmung... ...erbarmungswürdigen Gestalt eines Schattens meiner früheren selbst. Jetzt habe ich selbst mein Bestes gegeben. Das war... ...der feinen Göttin auch wieder nicht recht. Also habe ich mich an den Rand... ...eines Dorfes ge... ...verband... ...das war ziemlich an den Rand eines Dorfes verband. Dort wurde ich von Vögeln... ...gepiekst. Eines... Eine Zeit lang hing ich sogar... ...kopfüber... ...an einer Höhlendecke. Dann war ich auf dem Grund... ...eines Teis... ...wo noch Fische vorbeikamen... ...bekommen sind... ...und jetzt bin ich hier... ...in dieser Einhöhle. Man könnte direkt ins Grübeln kommen... ...was man falsch gemacht hat... ...ob man nicht versucht sollte sich zu bessern... ...aber nicht ich... ...kein Stück. Ich habe lediglich gewartet... ...auf jemanden wie dich... ...der mich versteht. Es ist schon eine Weile her... ...dass ich mit jemandem... ...gesprochen habe... ...der kein Fisch war. So... ...sollen wir uns dann... ...mal ans Tausche machen? Bleib ganz ruhig... ...stehen und beweg dich jetzt nicht. Äh... Komm mal! Mein Herz wieder! Ich habe ihm nichts verlernt... ...den Container habe ich... ...ohne Probleme aus dir heraus... ...operiert. Sag mal! Frechheit! Kann doch mal einfach die Herzen! Äh... ...die Dämonenstatue... ...auf die du im Königlichen Geheimgang... ...gestoßen bist... ...hat hier einen Herzcontainer geraubt. Sie schlägt dir einen Handel vor... ...aber kann man ihr wirklich vertrauen? Warte mal, ich speichere mal eben... ...nicht, was ich hier... ...verklebe... ...ja... ...ich haben noch drei... ...Dinge abgezockt, ja? Sag mal, wo war denn mein letzter? Oh gut, ich meine, muss es wahrscheinlich einfach... ...questenmäßig machen. So... Gib ihn zurück! Hehehehe... ...fühlst du dich... ...äh... ...ausgetrickst? Ich bitte dich! Sieh dir mal das große Ganze an! Ich bin einer... ...einer langfristigen... ...Geschäftsbeziehung interessiert... ...da werde ich dich doch nicht... ...übers Ohr hauen! Also, was darf sein? Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, der wechselt Sachen, ne? Der nimmt dir, glaub ich, einen... ...eins weg von dem anderen. Naja, egal. Können wir uns... ...wann anders mal anschauen. So, Sella gibt erstmal wieder ihren... ...dünnpfiff dazu. Wenn des Blutmonds Licht... ...die ganze Welt färbt. Offizier... ...genug geredet. Okay, warte mal. Ich glaub ich... ...warte mal. ... ... ... ... ... ... ... ... Sind wir eigentlich hier? Finden wir schon raus. Au. Das hat, ähm, ja. Äh, cool, wow. Das hat nun lizentig wehgetan. Ähm. Dann müssen wir erst mal den weg, weil... Aber hier gibt's keine zwei einander. Schon ein bisschen frech. Wo denn hier? Hm. Einen kleinen Lootraum mit... Erzen. Wobei es natürlich jetzt auch einfach eine Höhle sein kann, ne? Naja, schauen wir mal. Irgendwo wird's mich schon hinführen. Kann ich? Ja, kann ich, okay. Ach so. Natürlich. Okay, hier sind wir noch ein paar Pilze. Sonst irgendwas? Nö, okay. All right. Irgendeine Waffe, die war noch... Hm, ja, hier. Haben wir mal den nächstbesten... So. Den nächstbesten Stein damit war, die wir weiter kloppen können. Äh, ja. Okay, da ist ein Raupschleim. Äh, wow. Hä, spuckt der denn aus? Achso, der Tulio hat mir einfach gefressen. So, und was hat er denn, du? Fräsegesstück. Das wäre so richtige Beschäftigungs-Therapie. Ich würde auf irgendwelche Wände einkloppen in Hoffnung. Du findest irgendwas. Ja, so wie hier. Das wäre ja absolut ein Reinfall. Hat sich überhaupt nicht gelohnt hier. Hm, ja, wobei... Nachher musst du da hoch und kommst dann irgendwo random raus. So. Super geheimer Weg. Okay, ein Ritterschild. Tja. Äh, okay. Weiß man nicht, was das jetzt gerade für ein random Sprint war, Link, aber... Oh, lassen Sie mich durch. Oh, ja, gut. Müssen wir wohl was anderes aufopfern. Ich nehme einfach mal... Ja, komm. Ich meine, von Ritter 200 haben wir auch mittlerweile genug. Ich nehme mal ein paar Bomben. Aber die hebe ich jetzt mal auf. Weg mit dir. Du kleiner Spinner. Okay, was haben wir hier? Tja, schauen wir mal, was hier ist. Ja, absoluter Schwund. Alles geht wieder kaputt. Okay. Kommen wir hier hin? Hä? Ah. Da haben wir auch schon das Signal für den Crocs. Okay. Komm. Was sind wir denn jetzt hier? Oh, der Hyliar Beinschutz. Stiefel hylianischer Soldaten aus schwerem Metall. Die aber guten Schutz gewährt. Aufgrund ihres Gewichts braucht es Übung, bis man in ihnen rennen kann. Okay. Nochmal ein Ritterschild. Haben wir irgendeines, das wir abgeben können? Ah, ja, hier kommen... Ups, 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 ups. Das da. Das generell ist gefühlt, das Schilder generell super wenig. Okay, wo soll der Crocs sein? Ich meine, ist der unter oder? Wäre schon lustig, aber ich glaube ja weniger. Na, mal gucken. Ja, das sollte ich vielleicht nicht machen. Die ist eindeutig zu wertvoll. Gut. Ja, Ritter 200, der uns... Schrott gegangen ist. Es kann ja sein, dass wir hier hoch... fliegen müssen. Also mit dem... Dicken Sprung. Und dann kriegen wir den Croc, aber... Äh, warte, habe ich irgendwas, um den Spaß aufzumachen? Nicht wirklich, ne? Kann mal... Warte mal... Ähm... Kann doch mal einen Feuerstart machen. Äh, öp. Wo ist der Spaß jetzt? Öh? Aber ich habe doch... Irgendwo... Hier. Hm. Feuer, Raubschleim, Hammer. Hm. Das habe ich mir eigentlich nicht darunter vorgestellt. Okay, das sieht... verdächtig aus. Vielleicht meine Bombe. Nee. Okay. Hm. Ja, aber das kann es nicht sein, oder? Warte mal. Hätte sein können. Hätte ja klappen können. Aber ich meine, wenn das Signal da unten kommt... Würde es doch eigentlich einen Grund haben, oder? Also ich vermute, dass er über mir ist. Ähm. Ich gebe es ja gleich noch nicht, was ich machen kann. Nö. Das ist ja auch bescheid, so hast du die drei Kisten und das war's. Naja. Gut. Oder irgendwas vielleicht mit den Fackeln? Warte mal. Hm, schade. Ich frage Namen, nichts zu bedeuten. Ja, ich gehe mal von aus, wie gesagt, das über mir. Schauen wir uns den anderen Weg an. Äh, vorher... Aber eben... Wir können uns nochmal ein paar Waffen mitnehmen. Und wobei, wir sollen vielleicht alle mitnehmen. Hm, das ist natürlich klar. Seitdem wir ihn nicht bekommen. Naja, egal. So schlimm wird's jetzt auch nicht sein. Aber hier durchkommen, das... Göttner Albtraum. Oh, auf der anderen Seite ist schon... Der Kollege. Das kann mir mal zur Hand gehen. Von der anderen Seite. Was ist das überhaupt für ein Sound? Ach so, einer ist das. Lass doch mal... Das kann auch mal frech an, ne? Hau rein. Okay, hier ist nichts weiter. Tschau. Tschau. So. Feierabend, Witze. Das... Wurde eine Weile dauern. Hm... Na ja, wir haben hier ein paar neue Sachen bekommen. Hier. So. Einfach durchbohren. Reicht schon? Ja, Tatsache. Ja, man muss auch nicht so ein Riesen... Loch machen. Vielleicht wenn du so ein bisschen... ...ne kleine Nische baust. Äh, hä? Okay. Okay, der Krog, der ist auf jeden Fall woanders. Schauen wir aber trotzdem hier weiter um. Na, weiß ja nicht, wo wir jetzt hier sind. Ich hab... Aber ich hab keine Ahnung. Irgendwo unten ist ich mehr in der Höhle. Wahrscheinlich auch nicht als Höhle zu zählen. Deswegen... Hm. Was haben wir da? Hätte ich noch nicht zum Bauen, ne? Also ehrlich gesagt nicht, ob ich klettern möchte oder... Äh... Na doch, so. Hätte ich gedacht, das ist ein bisschen länger. Ja, der Weg. What the fuck? Also... Die Gänge sind hier auf jeden Fall eindeutig... ...verwinkelt. Ich hab mich einfach nicht verstanden. Aber gut, vielleicht findest du auch hier einfach nur das Hydea-Set. Ja, kann nicht auch sein. Da wird doch wieder irgendein Gegner drin sein. In dem Steinhaufen. Vorteil sind lauter Leuchtsteine. Heißt, die nehmen wir uns einfach mal mit. Was haben wir da hinten? Da ist aber auch... Irgendwas kannst du da machen, ne? Vielleicht das Wasser auch... Äh... Rauslassen. Dann hast du da irgendwie einen Geheimgang. Können wir da noch irgendwas? So schön, weil ich wollte nur... ...und bin jetzt... ...so ein Riesen-Höhlen-System. Was nice ist, aber... War ja eigentlich nicht Plan, Leute. Plan war ja eigentlich den Krockwald. Na sag mal. Letzter? Ja. Plan war eigentlich den Krockwald zu durchfrosten. Ah, okay. Sonst ist hier... Oh, doch. Da ist auch ein Stein. Den holen wir uns natürlich. Und hier sind auch nochmal... ...leuchtsam. Ist auch noch eine Bombe, ne? Na, schade. Leider nein. Na, ich geh von außen... Hier sind Stahl-Hinox drunter. Kann ich mir schon vorstellen. Hatten wir ja schon mal. Hier haben wir noch einen Leuchtpilz. Was haben wir da oben? Ein paar Leuchtsamen. Gut. Nehme ich. Ist gekauft. Oder so. Ähm. Noch irgendwas? Kann er gleich mal versuchen. Das war hier... Wait. Ne, hier ist ein Abgrund, ne? Aber der wird halt hier... Wird halt nicht von der Karte markiert. Weil... Sonst würden nicht die ganzen... Ja, es ist mal ähnlichen Strähnen hier sein. Ha. Schau mal da, haben wir es da an. Ne. Ist ein Stahl-Hinox. Gut. Legen wir den Burschen halt frei. Woraussetzter aus deinem Loch. Ähm. Kann ich ihn weiterladen? Oh. Ne, lass mal bitte. Ne, Rippen wäre nicht geschmissen. Nehmen wir die Waffe. Nehmen wir die Waffe. Nehmen wir die Waffe. Schütz hinteren Steinen suchen. Ey. Au. weiß besiegt noch schönes lauter ritter sachen interessieren mich jetzt eher weniger aber aber sonst ist hier nichts und hier ist noch ein feuerstein aber was haben wir hier von da geht es auch noch weiter so ein bisschen einen anderen blick zu verschaffen wobei das können auch steine sein die du nicht kaputt machen kannst versuchen würde es trotzdem man kann jetzt auch noch lang hat man jetzt eigentlich bei der einen stelle alles erkundet so muss ich eine maureka schade kann ich schon durch das hat doch jetzt kann ich nicht stehen was noch blöder ist ich noch ein schwer bekommen hier die möchte ich dafür nutzen dann machen wir so wo sind wir hier das ist auch uns vor allem gott der ist ja also der das ganze dichte gestein würde mich schon interessieren was wir hier haben das hört sich aber wieder an als ob wir jetzt ein bisschen musikmäßig wieder in hyrule im castle sind gott hier sind ja lauter leuchtsteiner wo sind wir hier ist halt wirklich irgendwo ähm ach guck mal wir haben ja hammer natürlich werde ich jetzt nicht alles zerstören weil das ist auch mehr fake als das andere ich mein krieg hier ein leuchtsteiner dann äh feuerstein so mh ich bin ja mal gespannt was wir hier finden also auf jeden Fall riesig das gebiet maxi trüffel so so haben wir noch ein hammer gut gut den ja wobei das noch eine große steinader die nehme ich lieber mit weil wenn da was drunter ist mh oder ein kleiner durchgang verpassen wir ist es nicht ist es nicht schade mal an oh mh aber ich muss auf jeden Fall was essen weil das wäre die die Goblins der ganz speziellen Sorte aber nichts muss ich mich mal ein bisschen sneaky zu verhalten damit sie mich nicht direkt sehen aber ich habe auch nur zwei äh pfeiler mh äh willst du mich verarschen wow unser Dings ist kaputt aua tja dich kriege ich nicht runter aber da ist auch einer ha das ist jetzt ein bisschen blöd hier so viel haben wir nämlich nicht so hat den auch erledigt ach guck mal hier mal noch ein Pfeil der Last Resort Pfeil ähm auch so hat sie schon erledigt ist einfach gestorben na gut bauen wir auf jeden Fall neue äh äh Sachen waffenmäßig sind wir jetzt schon ja weit hinten dann haben wir irgendwie lange das Gefühl wir landen hier gleich irgendwo im Schloss auf eine ganz komische Art und Weise aber muss ja auch mal sein guck mal hier ist auch wieder ein durchgang zudem war kommen wahrscheinlich nur ein alternativ weg für uns ne wow war ja eine tolle Steinader also eigentlich war es ein etwas selteres Erz aber warum selterer Erz habe ich jetzt nichts gesehen äh ups so na komm her pass mal Maxi Trüffel nehmen wir auch mit und ja haben wir denn sonst noch hier irgendwas von da kamen wir ach da ist noch eine Küste sehr schön ganz mit Ritter Hellebader ok ne Waffe hm und jetzt nicht wirklich äh außerhalbkräfte das Gebiet hier oder der Bereich ist halt ja haben sich ja wieder die die Goblins versteckt aufgraf ja zurück ne ja vielleicht vielleicht irgendwo noch ne Nische hier ist noch ne Bombe die hol ich mal hm hm ne gibt's hier aber auch nicht oder also wir haben noch den einen Weg den wir erkunden können wo die die Steinmauer noch ist aber das ist hier wirklich ein bisschen ein bisschen schwach also also wie kein weiterer Weg ne Kiste ja ok mit ner Waffe die jetzt natürlich auch nicht so krass ist für das was im Endeffekt hier ist da sind ja schon relativ starke Gegner gewesen hm na gut na gut dann gehen wir raus raus und wieder zu der Wand hm sehr seltsam na gut dann das hier also ich hoffe ich hoffe jetzt natürlich dass wir alles da gefunden haben aber ich wüsste nicht was uns sonst fehlt ich wüsste das ach ich hab die Bombe gesehen und ich wusste was passiert äh ich komm hab leider nichts anderes achso noch ne Steinwand das hat doch gar kein Ende mehr ne so Steinwände scheinen hier wirklich äh der Standard zu sein hier ok warum haben wir auch noch einen Gang damit ist auch der kaputt ja gut ich meine wir können warte mal ähm äh bbbb ups nicht noch Typ sind hier so rückgängig äh sind hier so rückgängig sind hier so rückgängig machen wir aus den ganzen Sperren hier vielleicht mal Steine beziehungsweise haben wir ja entsprechende Materialien für bekommen äh das müssen wir so nur finden die waren das ne genau die Horrorblinden ja legen wir einfach mal alle hin so nächster mhm so Bonn waren sie aber durch noch mehr Gegner noch mehr Gegner wow klingt wieder nach einem Raubschleim wobei ne was klingt das kommt mir wohl bekannt vor der Sound sind es die Hände sind es die Hände ne ist nur ein Blitz aufschleim ok sag mal wo ist bin ich ja schieß mal deine Bälle oh mein Gott tja cool ja ja natürlich wo sie jetzt wo sie jetzt ok achta gut gut schlossen wieder einfach mal ehrlich gesagt glaube ich dass wir äh uns den Weg vielleicht unten erstmal anschauen sollten da wirkt es irgendwie dass wir weiterkommen schau mal was wir hier haben schau mal was wir hier haben reicht ach ihr ist schon wieder ach ich bin im Kerker oder ach ich bin im Kerker oder wir frechen Schweine hier oh da ist eine Höhle ok so das nur mit haben wir irgendwas was nee hier kommen wir nicht weiter oder wie hm Pfeile werden schön also mal als rosa ist nicht durch die Wand kriege du Penner können wir vielleicht einfach das Ding abfackeln können wir vielleicht einfach das Ding abfackeln das steht aus Holz schade habe ich ja keine Ahnung wo jetzt sind aber oh oh warte mal ah ok mhm ich wurde auch nicht oh nein ja toll super naja der ganze Spaß nochmal vorteil ist natürlich er bleibt offen also die stellen lieber ja zu strafe dass ich die Wand zerbrochen habe wird der Dämon meine Seele holen ja es war nur so eine Statue was du warst in dem Loch dort war wirklich ein Dämon und wird mich holen ach eine Dämon Statue ist das drin von so etwas habe ich schon einmal gehört soll ich dir erzählen was ich darüber weiß ja klar eine Gottheit von Leben und Stärke berührt von der Göttin Thorn ähm dem Untergang geweiht die Dämon Statue ist also vermutlich diese Gottheit von Leben und Stärke jedenfalls stand die Statue wohl auf diesem Podest als sie noch als Gottheit verehrt und angebetet wurde hmm die Stimme die ich gehört habe war also die traurige Stimme der Dämon Statue wenn die Göttin eine Gottheit ist äh die gibt was wenn die Göttin eine Gottheit ist die gibt dann war die Dämon Statue eine Gottheit die stets genommen hat ich denke mir dass beide Gottheiten existieren mussten damit sich die Macht mit der jeweiligen anderen manifestieren konnte dass ich ein Loch in die Wand geschlagen habe war wohl Schicksal ich kann nicht hinein gehen aber ich werde weiterhin hier putzen so werde ich der Dämon Statue von hier aus meinen Respekt erweisen wunderbar hier das ist für dich jaja die Rupees das ist äh Rubelos Budget für das nächste für nächsten Monat aber ich geb's dir danke dass du mir bei meinen Sorgen äh meine Sorgen genommen hast jetzt kann ich wieder beruhigt an die Arbeit gehen tue los aber gut dass wir einfach den Lohn von irgendjemand anderem bekommen ja der Decken gesprungen hätte ich vorher gucken müssen also ich weiß auch nicht warum ich instinktiv A gedrückt habe ich weiß komplett Schwachsinn von mir hätte einfach zurückgehen können hätte ich mir das Problem gespart oh warte mal da geht's auch lang Moment äh den Weg hab ich noch gar nicht gesehen Moment ach Feen sind hier das läuft sich gut wir sind mittlerweile echt ziemlich Feenarm dann rüsse ich meine Jiga Teile aus aber die wäre natürlich besser so na gut hat sich doch gelohnt nochmal zurück zu gehen zwei Feen sind auf jeden Fall ein guter Ersatz ja nun fragt sich wie wir den einen Raubschleim im besten besiegen wir können halt eine Bombe versuchen zu werfen aber wir wissen ja wie das meistens endet dass ich mehr Schaden davon trage als das Ding wait ah stimmt die wollten ja auch nochmal lang weil ich mir nicht sicher war ob wir alles mitgenommen haben die Antwort lautete nein wir haben was vergessen gut waren jetzt auch nur drei Erzbrocken aber immerhin so den Weg haben wir auch erkundet das große Areal hoffentlich auch gründlich genug hoffentlich auch gründlich genug dass das Ding nicht kaputt geht ne aber gut vielleicht musst du auch wieder mit irgendeinem Schalter oder so agieren mit irgendwas hatten wir ja schon mal was wir mit einem Mechanismus erst das Wasser freilassen mussten gut da unten waren ja die Horrorblins so machen wir hier ein bisschen mehr Wegfall kann er nicht schaden unser 4 so hätte ich gedacht wir kommen damit auf die andere Seite was halt so sich angeboten hat warte mal ich muss mal warte mal ich muss mal laufen das ja gar nicht warum sollte man also der Weg ist irgendwie auch ein bisschen Schwachsinn ich versuche mal hier nur auf halbe Strecke gucken wo ich da raus komme ja wobei warte mal ein bisschen weiter so ah ich sehe das Loch kack auch das Loch habe ich natürlich nicht gesehen na das war der Rüstungsteil Tatsache boah nice ja das heißt wir kriegen hier tatsächlich wahrscheinlich die ganze Rüstung einmal nee aber da ähm ich habe mal Glück und sind hier noch Pfeile drunter nope nur Fressalien schade das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ich hoffe es hat euch gefallen dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei das war's von mir bye bye